Auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Katja Weber. Ich arbeite für die formidable Sendung der Hörsaal auf dem ebenso guten Sender D-Radio Wissen. Habt es vergnügen, Sie hier heute Abend durch die Podiumsdiskussion zu führen. Heißt ja auch nochmal herzlich willkommen zu der Premiere. Sie haben es gehört, es gibt drei Sonderveranstaltungen. Wir stecken ja nicht nur im Jahr 25 nach Inbetriebnahme des Internets, was damals noch so ein Privileg der Forschungseinrichtungen und Universitäten war, sondern auch im Wissenschaftsjahr, die digitale Gesellschaft genannt. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Forschung und Bildung oder andersrum Bildung und Forschung und weil man es nicht oft genug sagen kann, auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön für die Förderung und auch ein Dankeschön, dass wir hier in diesen tatsächlich großen und großartigen Hallen sein dürfen mit dieser Veranstaltung. Es folgen noch zwei weitere Sonderveranstaltungen und ich freue mich vor allen Dingen, dass Sie bei diesem traumhaften Wetter hergeschwommen sind und auch, dass wir uns gegen, ich glaube, Nigeria und Argentinien behaupten können heute Abend. Das finde ich nicht so schlecht. Wir versuchen immer, so einen Spannungsmoment einzubauen. Das kommt heute von Markus Linden, der dort sitzen sollte. Wir wissen nicht so genau, wo er steckt, entweder noch in Trier oder in der Luft oder im Flughafen Tegel oder er kommt auch gleich hier mit einer Flutwelle reingeschwappt. Wissen wir nicht, die anderen würde ich Ihnen sehr gerne vorstellen. Ach so, nee, wir sind immer noch beim Dank. Vier Studenten gilt es noch zu danken. Vielleicht haben Sie deren Installationen im Foyer bewundern können. Die haben sich mit unserem heutigen Thema auseinandergesetzt, mit dem Thema Partizipation und haben Lichtboxen zum Beispiel erstellt. Eine Arbeit, die heißt We all start as strangers. Und es gibt eine zweite Arbeit, die heißt Bruchzeilen und die generiert aus Tweets, Chats und Foren Gedichte. Man kann sich an dieser Veranstaltung hier nämlich auch per Twitter beteiligen und am Ende der Veranstaltung, sollte das jemand tun, wird er eventuell ein Gedicht lesen, an dem eine seiner Tweetzeilen vorkommt. Also wir bitten um Tweets für alle fünfhebige Jampen oder sowas. Da ist sämtlichen Zuschauern das freigestellt. Wer twittern möchte, also ich sage das nicht Ihnen, das wäre vielleicht ein bisschen albern, wer twittern möchte, wir werden auch gestreamt, kann das tun unter Hashtag Dick Saal. Ja, da seine Nachfragen und Anmerkungen loswerden und ich hoffe eigentlich, dass wir trotz des großen Podiums Gelegenheit haben, auch Sie, die Sie hier vor Ort sind, zu hören mit dem, was Sie einwerfen oder nachfragen möchten. Wie gesagt, es wird gefilmt, es wird gestreamt, es wird diese Veranstaltung am 20. Juli ausgestrahlt im Hörsaal. Eben, sprich, wer ungern gefilmt werden möchte, sollte vermeiden, in die Kameras zu schauen. Wer sich nicht hören möchte im Radio, kann uns ja antwittern. Okay, wir sprechen über Online-Partizipation von Machern, Mitläufern und Motivierten. Und wir haben zumindest Macher und Motivierte, glaube ich, zum Thema hier auf dem Podium versammelt. Ich fange an bei Ihnen, Frau Müller. Maren Müller ist gelernte Betriebswirtin und arbeitet beim MDR. Das ist aber, glaube ich, keine der Funktionen, in der Sie vielleicht ihr mal begegnet sind. Ich denke vielmehr, Sie haben von ihr gehört, vielleicht ohne den Namen zur Kenntnis zu nehmen. Im Januar, als sie Furore gemacht hat mit ihrer Petition, raus mit Markus Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag. 230.000 Menschen haben diese Petition gezeichnet. Möglicherweise auch der eine oder die andere von Ihnen. Und Frau Müller hatte danach eine Menge Trubel, vermute ich mal. Stefan Schwarz hat beruflich viel zu tun mit sehr populären und auch mit weniger aussichtsreichen Petitionen, über die wir reden möchten. Er ist Mitglied des Bundestages, SPD-Mitglied und als solches Mitglied im Petitionsausschuss des Bundestages, die eine große Anzahl von Petitionen jeden Tag zu verzeichnen haben. Und Marita Strasser hin wiederum, ja, arbeitet auch mit Petitionen, aber quasi am anderen Ende, vielleicht unschwer zu erkennen. Sie ist Campaignerin bei Kampakt. Und vielleicht hatten Sie auch schon weitergeleitete Post von ihr oder aus ihrem Freundeskreis im Mail-Eingang. Petitionen gegen Fracking, Homophobie oder das geplante Freihandelsabkommen. Ja, der genannte Markus Linden, den stelle ich Ihnen einfach mal vor, dass Sie sich schon richtig auf ihn freuen können. Der forscht zum Thema Partizipation und Ungleichheit als Politikwissenschaftler an der Uni Trier, wie gesagt. Da spielt natürlich auch Internetnutzung und Petitionswesen eine Rolle. Jetzt riech ich kurz Luft und stelle Ihnen noch mal vor. Professor Thomas Schildhauer, der ist Informatiker und erforscht das nicht unbeträchtliche Forschungsgebiet Internet, ist Gründungsdirektor des HEG und hat gemeinsam mit Hendrik Send, den Sie eben kurz gehört haben, die kurz angerissene Partizipationsstudie zu verantworten, online mitmachen und entscheiden. Und ich hätte gerne eingangs so quasi die Rubrik, die steile These mit Ihnen aufgestellt und eine knappe Antwort auf die Frage, wie verändert digitaler Aktivismus politisches Engagement, Herr Schildhauer? Also aus unserer Sicht und das, was wir jetzt aus der Studie gesehen haben, scheint es so zu sein, dass die Menschen das Gefühl haben, im Sinne der partizipativen Demokratie eben über das Internet tatsächlich sehen zu können, welchen Einfluss sie nehmen können. Und das hat natürlich auch durchaus eine kommunikative Seite, dass wir jetzt nicht davon ausgehen können, nur weil die Möglichkeit da ist, Petitionen online mitzuzeichnen oder aufzustellen, dass das jetzt alle Menschen machen. Ich bat ja um die Rubrik, die steile These. Also ich habe mir eher sowas vorgestellt im Sinne von vervollständigen Sie den Satz, politisches Engagement wird durch digitalen Aktivismus... ...leichter und einfacher für die Bürger. Frau Müller? Also ich möchte mit einem Zitat einsteigen. Und zwar, die digitale Revolution ermöglicht der Menschheit eine Weiterentwicklung der Demokratie, bei der die Mitbestimmungsmöglichkeit jedes Einzelnen gestärkt werden können. Dieses denkwürdige Zitat steht im Parteiprogramm der Piraten und dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Herr Schwarz und Sie auch? Oder was sagen Sie, wie verändert digitaler Aktivismus politisches Engagement? Sie arbeiten da, wo beides zusammentrifft? Petition, Politik? Er erhöht ganz klar den Einfluss der Bürgerinnen und Bürger. Wenn ich das über den Petitionsbereich sehe, es war das klassische Einzelanliegen und hat sich heute einmal zum Teil der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und zum anderen übt es auch, bringt es Themen in den Bundestag rein, die sonst dort vielleicht gar nicht ankämen. Frau Strasser, was sagen Sie? Ich vermute, Sie haben auch kein Wasser in den Wein zu schütten? Ich würde sagen, gut gemacht, und das ist wichtig, gut gemacht erhöht digitaler Aktivismus tatsächlich die Wirkung von politischem Engagement. Schlecht gemacht? Schlecht gemacht, verpufft es. Okay, jetzt fehlt uns der Herr Linden, der Ihnen allen kräftig Kontra geben würde. Ich hoffe, er kommt noch und tut das. Ich frage erst noch mal bei Ihnen nach, Frau Müller. Sie haben die Piraten gerade zitiert. Sie haben auch ansonsten reichhaltige politische Erfahrungen. Sie waren Stadträtin in Borna für die SPD. Sie waren bei der Linkspartei. Wir können also davon ausgehen, Sie haben Ahnung, was es heißt, Politik zu machen, vielleicht auch auf der Straße, Unterschriften zu sammeln. Wie unterscheidet sich denn das, was online gemacht wird, was per Petition gemacht wird von der politischen Arbeit? Also wir haben in Leipzig vor einiger Zeit bei dem Bürgerbegehren April-Netzwerk, das ging gegen Privatisierung von öffentlichem Eigentum, Unterschriften gesammelt. Und das Quorum lag bei 25.000. Wir haben halt ein Vierteljahr dazu gebraucht. Das war eine richtig, richtig schwere Arbeit. Und das Problem bei vielen Leuten ist, die Daten zu hinterlegen. Also die unterschreiben gerne. Aber sobald es darum geht, ihre Adresse preiszugeben, ist Feierabend. Also sagen viele, das mache ich dann doch nicht. Und daran scheitert, hat es gescheitert. Das heißt, das Unterscheidungsmerkmal wäre, geht schneller und bringt mehr Masse? Es geht auf jeden Fall schneller. Und mit der Masse, natürlich ist es bequemer. Aber es ist auch heutzutage bequemer, in Wasserhahn aufzudrehen und nicht mehr das Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Das ist einfach ein Fortschritt, der halt zu verzeichnen ist. Okay, jetzt ohne allzu tief nochmal auf Markus Lanz und das eingehen zu wollen. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt, dass Wetten, dass abgesetzt wird? Schreiben Sie sich das auch selbst zu? Also es gab eine Umfrage beim Fokus, da waren drei Prozent der Befragten der Meinung, es wäre meine Schuld. Aber das bestreite ich. Schuld nicht verdienst. Das bestreite ich. Ich denke, das hat damit nichts zu tun. Und jetzt gab es eine Menge Vorwürfe, auch an Sie direkt adressiert. Ihre Petition sei unsachlich, beleidigend, subjektiv und habe Züge eines Shitstorms. Hat Sie das angefochten oder nachdenklich gemacht? Ja, das ist einfach eine Situation gewesen, in der mir der Kranken geplatzt ist. Und da habe ich die Petition da reingehackt, ohne großartig nachzudenken. Und das ist halt das Resultat. Und der große Erfolg ist nicht unbedingt der Qualität der Petition zu schulden, sondern eher der Medienaktivität im Nachgang. Herr Schwarze, bei Ihnen sind 2013, also im Petitionsausschuss, 15.000 Anträge eingereicht worden. Ich habe gestern erst geguckt, da gibt es eine Bandbreite von Forderungen nach freiem Eintritt in staatliche Museen über verbrieften Sitzplatzanspruch an Reisende der Deutschen Bahn bis hin zur Abschaffung von Massentierhaltung bis 2020. Welche dieser wirklich sehr, sehr vielen Petitionen läuft denn gerade besonders gut bei Ihnen? Also besonders gut sind gerade jetzt noch mal gelaufen die Themen rund um die Hebammenproblematik. Also gar nichts mit der digitalen Gesellschaft, sondern die Versicherung von Schwangeren, die Vergütung der Hebammen und die Berufshaftpflichtversicherung. Da gab es diese Woche noch öffentliche Beratung zu im Bundestag, im Petitionsausschuss. Das ist natürlich auf große Resonanz gestoßen. Wir haben eine ganze Reihe von Petitionen gehabt, die eine solche große Resonanz bekommen haben, die gar nicht unbedingt aus den... Hey, Entschuldigung. Hallo, Katja Weber. Das ist der versprochene und gar nicht so durchweichte Markus Linden. Hallo, ja. Ich habe Sie schon vorgestellt in Ihrer Abwesenheit. Und würde jetzt ganz kurz, sorry, kurz zur Tiebreak noch mal Ihnen vorstellen, Maren Müller, die die Landspetition auf den Weg gebracht hat, Stefan Schwarze vom Petitionsausschuss des Bundestages, Marita Strasser von Kampag, die macht es Ihnen einfach, das können Sie auf Ihrer Schulter lesen, und Professor Thomas Schildhauer vom HIG. So, jetzt sind wir alle wieder da und bei Ihnen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie zum Schluss sagten, Herr Schwarze, dann gibt es da schon eine Verbindung zu dem, was uns Frau Müller gesagt hat. Eine gute, übersetzt in erfolgreiche Petitionen, berührt irgendwie ein emotionales Thema. Also Sie sagen, Sie haben mit einem gewaltigen Rochus die Petition verfasst und Geburt, Schwangerschaft, Hebammen sind natürlich auch starke emotionale Themen. Ist es das, was eine Petition nach vorne bringt? Man könnte das in einigen Bereichen so sehen, ja. Es sind immer die aktuellen Themen, die die Leuten entweder gerade besonders unter den Nägeln brennen, die eine gute Chance haben, oder es sind die Themen, die ein emotionales Thema aufgreifen. Pelztierhaltung haben wir dieses Jahr noch. Also es ist natürlich ein emotionales Thema. Und durchaus berechtigt, dort für so eine große Resonanz gesorgt zu haben. Ich glaube, mit deutlich über 100.000 Unterstützern, Mitzeichnern, dass es bei uns in die öffentliche Beratung reinkommt. Pflege ist dann das nächste Thema, auch ganz persönlich emotionales Thema, aber natürlich auch ein Thema, das die Medien rauf und runter geht. Sie selbst sagen, die Arbeit oder der Petitionsausschuss als solcher sei sowas wie ein Seismograph der Gesellschaft, wo Sie Themen, die politisch relevant werden, früher checken als vielleicht andere MDBs, als die Mitarbeiter in anderen Ausschüssen. Wieso ist das so? Wieso meinen Sie, dass Sie da eine Nasenlänge weiter vorne sind? Es sind vielleicht nicht nur die neuen Themen. Es sind auch die Themen, wo der Gesetzgeber bei der Gesetzgebung Fehler gemacht hat. Okay, das stelle ich mir mal vor. Sie haben eine Menge Petitionen zum Thema Hartz IV, Renten und sowas. Ja, der ganze Arbeits- und Sozialbereich ist der größte Bereich der Petitionen. Gesundheit ist das nächste große Themengebiet, was uns sehr beschäftigt. Und ja, wir kriegen halt Veränderungen in der Gesellschaft sehr schnell mit, weil die Gesetze dann vielleicht nicht mehr passen. Und dementsprechend spiegelt sich das dann schnell zurück. Oder wo schlichtweg Fehler im Gesetzestext sind. Okay, dann lassen wir uns noch mal einen Schritt zurückgehen und den Weg einer Petition erläutern und hier so ein kleines Pro-Seminar einschalten. Artikel 17 des Grundgesetzes sichert jeder Mann und mutmaßlich auch jeder Frau das Recht zu, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und die Volksvertretung zu wenden. Angenommen, ich habe das getan mit meiner Bitte oder Beschwerde zu einem der genannten Themen. Wie geht es dann bei Ihnen weiter mit meinem Anliegen? Erstmal ist die Form egal, in der Sie es tun. Das muss nicht übers Internet kommen. Das machen 45 Prozent inzwischen. Aber es kann auch, wir haben hier so nette Servietten unter den Gläsern liegen, es könnte auch auf einer Serviette eingereicht werden. Das würden Sie nehmen. Das ist ein Grundrecht. Auf einer Serviette sich an den Petitionsausschuss zu wenden. Ja, es kommt auf Postkarten, es kommt handgeschrieben, es kommt in allen Formen, die man sich vorstellen kann. Und das können wir schlecht davon abhängig machen, wie jemand sein Grundrecht wahrnimmt von der Form her. Also das geht alles. Es ist egal, ob man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ja oder nein. Es ist egal, wie alt man ist. Also auch Kinder bringen Petitionen ein. Was fordern Kinder? Die fordern die tollsten Sachen. Von Vorschlägen über ein anderes Steuersystem. Ein 14-Jähriger. Der bezog sich auf die Informationsquelle Fernsehen und hatte leider durch die Fernsehsendung, ich sage nicht welche, es war, eine falsche Basis für seine Überlegungen. Das sind auch Sachen, die von Kindern kommen. Es geht um das Bleiberecht des Klassenkameraden. Es geht, naja, wir hatten eine Petition von einem kleinen Mädchen, das eklige Tiere abschaffen wollte. Okay, gut. Jetzt sind vielleicht die mit mehr Aussicht auf Erfolg. Wie geht es mit denen weiter? Also die kommen auf allen möglichen, ich sage mal, Datenträgern zu Ihnen. Sie verschriftlichen die, stellen die online sozusagen aus. Und dann? Die müssen nicht unbedingt online ausgestellt werden. Also es gibt den klassischen Einzelfall. Wenn ich das Problem mit der Krankenkasse habe und da eine Klärung möchte. Ich meine jetzt Dinge, die von allgemeinem Interesse sind. Dinge, die von allgemeinem Interesse sind. Gibt es eine Bewertung? Ist das öffentlich oder ist das nicht? Wird es abgelehnt? Kann man dagegen Einspruch erheben? Und dann geht es, wie jede einzelne Petition auch, in ein Verfahren bei uns rein, wo Ministerien Stellungnahmen dazu abgeben. Dafür gibt es Fristen, die einzuhalten sind. Und dort dieses Anlegen bewerten. Und wenn sie online gestellt wird, der Petent wird natürlich benachrichtigt, damit er dann auch Öffentlichkeitsarbeit machen kann, dann läuft die Mitzeichnung bei uns. Und da reicht man innerhalb von vier Wochen, in der letzten Wahlperiode waren es noch drei Wochen, mehr als 50.000 Unterschriften. Dann kommt es zu einer solchen öffentlichen Beratung im Ausschuss. Wie oft war das im vergangenen Jahr der Fall? Wir hatten im vergangenen Jahr vier Termine und jeweils drei Themen auf der Tagesordnung. Okay, das heißt, die Ausdünnung ist dann doch enorm. Naja, es ist die Frage, wie viele das Quorum schaffen. Jetzt reden wir, Herr Schildhauer, über ein Phänomen, für das es viele schöne Worte gibt. Das heißt, Selectivism, Clicktivism, Demokratie vom Sofa, Protest to go, Politik to go. Passt da überhaupt der Begriff Aktivismus oder ist das eher ein Passivismus? Klingt ja alles sehr bequem. Ja, ich finde, dass es einfach die Hürde gesenkt hat, als Bürgerinnen und Bürger selber überhaupt so eine Petition zu starten. Oder auch schnell an einer Petition unterstützen, mitzuwirken. Das heißt, das ist tatsächlich über Clicktivism, also über ein Klick, wir haben das ja in unserer Studie auch dargestellt, dass also die Menschen, die sich jetzt bei uns beteiligt haben, die geantwortet haben, die an politischen Partisationsprozessen dabei waren, ein, zwei Minuten nur damit verbracht haben. Das heißt, die haben gelesen, um was es geht und haben dann abgestimmt. Und das ist natürlich phänomenal, weil ich meine, überlegen wir mal, wie das ohne das Internet bisher früher funktioniert hat. Das ist eigentlich kein Ersatz da gewesen, wenn man so will. Und das finde ich ein echt, ein unglaubliches, im Neudeutsch gesagt, Empowerment der Bürgerinnen und Bürger. Aber letztlich ist es dieselbe Aktivität, die von mir erwartet wird, wenn ich einen Like-Button drücke. Ich hoffe mal, dass diejenigen, die das dann tun, sich schon bewusst sind, dass sie eine größere Verantwortung haben in dem Moment. Also das würde ich jetzt mal allen Bürgerinnen und Bürgern unterstellen, die auf so eine Seite gehen, die eine Petition durchlesen und dann sich bewusst machen, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. Dann lassen Sie uns doch bitte nochmal in Ihre Studie gucken. Wer macht denn da mit oder anders gefragt, wer macht denn nicht mit? Ich vermute mal, wenig Alte, wenig Arme, wenig Ungebildete, wenig Zuwanderer. Ja, also die Hauptaktivitätszielgruppe war 18 bis 36-Jährige, die wir jetzt so rauslesen konnten. Herr Sendt hat das ja schon gesagt, das ist jetzt keine repräsentative Stichprobe. Insofern bin ich mit so einer Aussage ein bisschen vorsichtig. Aber wir haben halt auch, was den Bildungsgrad angeht, jetzt keine signifikanten Ausreißer in die eine oder andere Richtung feststellen können. Also unser Gefühl ist durchaus, dass eben bei diesem relativ einfachen Prozess, muss man jetzt auch mal sagen, ich kriege einen Link zugeschickt, ich gehe auf den Link drauf und lese mir das durch, stimme ja, nein, stimme ab, dass ich da jetzt nicht unbedingt einen besonders hohen Bildungsgrad brauche. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Thema des sogenannten digitalen Trennungsgrabens, Digital Divide. Also wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie wir Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, die jetzt eben gar nicht über den Zugang verfügen. Aber da gibt es ja eben auch andere alternative Wege noch. Jetzt haben Sie ja auch geguckt, unter anderem auch geguckt und sich das auch noch so ein bisschen ins Hausaufgabenheft geschrieben, mit welcher Motivation die Leute mitmachen. Können Sie aber trotzdem, auch wenn das vielleicht noch nicht ganz ausgereift und ganz ausformuliert ist, schon mal was dazu sagen, was die Menschen bewegt, mitzumachen? Ja, dazu muss man jetzt kurz sagen, wir beschäftigen uns ja jetzt gerade mit dem Thema politische Partizisation. Wir haben ja auch die Partizisation, also die Beteiligung an anderen Dingen mit abgefragt. Also zum Beispiel, wenn ein Unternehmen sagt, gebt uns doch mal Feedback zu unserer neuen Produktidee, stimmt doch mal mit ab, sollen wir das jetzt produzieren oder nicht, das ist da mit drin. Insofern haben wir die Motivationslage sehr breit gefunden. Es gibt einfach Menschen, die bei dieser eher wirtschaftsorientierten Seite dann mitmachen, wenn es irgendein Preisgeld oder irgendeine Belohnung gibt. Die Menschen, die bei politischen Partizisationen mitmachen, da geht es mehr um den Selbstwirksamkeitsgrad, wie wir das so schön nennen. Von dem habe ich auch gelesen und würde gerne wissen, was der kann. Das heißt, wenn ich sozusagen an einer Aktion mich beteilige, wenn ich sehe, was passiert, wenn ich den Verlauf auch sehe und dann selber mit abstimme und das Gefühl bekomme, ich bin dabei und ich bin quasi sichtbar mit Bestimmer, kann sozusagen tatsächlich mit agieren, dann bringt das die Menschen dazu, dass sie sagen, ich habe jetzt tatsächlich selbst etwas bewirkt. Also Selbstwirksamkeitserwartung lässt sich in den einfachen Hauptsatz übersetzen, ich bewege was, was auch immer. Ich entwickle ein Produkt, eine Bewegung, ich will politisch was verändern. All das drückt das aus und sammelt das. Was muss denn, Frau Strasser, eine Petition haben oder ein Thema haben, was noch keine Petition ist, damit Kampakt meint, das machen wir? Es muss zunächst mal, das Wichtigste ist, den Kampakt-Werten entsprechen. Ach so, das hätte ich Sie vorher fragen sollen. Ich sage es immer deutsch, Sie nicht. Ja, ich sage es immer, wir sagen es immer Kampakt. Okay, ich bemühe mich ab jetzt auch. Aber das ist nachrangig. Also es muss unseren Werten entsprechen. Das heißt also wirklich für eine ökologisch nachhaltige, sozial gerechte, geschlechtergerechte, demokratiefördernde Gesellschaft streiten gegen Xenophobie, gegen jede Form des Rassismus. Also wir haben so fünf Werte aufgeschrieben. Das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist, dass es dafür eine gewisse Unterstützung gibt in unseren Verteiler. Das testen wir vorher mit einer Umfrage. Das heißt, Sie lassen so ein Testballon steigen? Wir nehmen 5.000 oder 10.000 zufällig Ausgewählte und schicken denen eine E-Mail und sagen, sollen wir das machen oder nicht? Und das ist das zweite Kriterium. Okay, da hätte ich jetzt natürlich gerne den Blick so in die Mottenkiste. Würden Sie uns sagen, welche Themen es nicht geschafft haben? Das wäre natürlich jetzt mal interessant. Ja, es gibt Themen, für die es schwierig zu mobilisieren. Und das ist vor allen Dingen Themen zum Beispiel zum Schutz von Flüchtlingen. Dafür haben wir leider erschreckend wenig Zustimmung. Okay, damit habe ich mich heute den ganzen Tag beschäftigt hier in Berlin. Also das ist ein Thema, was wir schwer haben. Also wo wir selber sagen, schade, schade, dass das die Leute so wenig mitmachen. Und schade, dass Xenophobie auch in progressive Kreise hinein doch weit verbreitet und auch wirksam ist. Und dass da noch eine große Herausforderung ist, was zu tun. Aber das zweite Kriterium, und das hat aber auch einen politischen Grund, weshalb wir sagen, wir starten keine Kampagne, wo wir nachher nur 20.000 Unterschriften haben. Weil damit würden wir dem Anliegen keinen Gefallen tun. Wenn die Leute wissen, Campag startet eine Kampagne und die hat nachher nur 20.000 Unterschriften, dann ist die Aussage die, für alle, die das lesen können. Okay, das interessiert keine Sau. Da müssen wir uns nicht drum kümmern, von den Adressaten her. Und damit würde man so einem Anliegen genau schaden. Und möglicherweise die künftige Selbstwirksamkeitserwartung gleich mal auf Null runterfahren. Damit komme ich zu unserem dritten Kriterium. Zu einem möglichen Petitionsthema muss es einen beeinflussbaren Politikprozess geben. Es muss eine, wir sagen, unser technischer Begriff dafür ist eine Theory of Change. Wir müssen an einem Punkt sein, wo wir sagen, okay, wenn wir unser Pfund jetzt da noch reinschmeißen, dann kann das helfen, diese Sache über den Gipfel zu bringen, über den Zaun zu bringen. Also unsere Ressource braucht es dann noch. Es gibt eine Chance zu gewinnen. Es gibt einen aktuellen Politikprozess, den wir beeinflussen können. Es gibt konkreten Adressaten, an denen wir es richten können. Also nicht eine Petition gegen das schlechte Wetter. Heute würden wir deswegen zum Beispiel mal nicht machen. Und das sind die Kriterien, nach denen wir Petitionen auswählen. Was ist denn dann für Sie eine erfolgreiche Petition, nachdem Sie sie aufgelegt haben? Eine, die von vielen gezeichnet wird oder eine, über die breit berichtet wird? Oder aber tatsächlich dann der Eingriff in die Gestaltung der Politik? Sie arbeiten mit an dem Ergebnis, das Sie sich wünschen. Ein Erfolg ist für uns tatsächlich, dass das politische Ziel erreicht wird. Es ist natürlich auch ein Erfolg, 500.000 Unterschriften unter einer Petition wie gegen das Freihandelsabkommen zu haben. Ohne Frage. Aber für mich ist das noch nicht der Erfolg dieser Kampagne. Der ist erst dann, wenn wir das politische Ziel erreicht haben oder zumindest einen größeren Teil davon. Und einen großen, bedeutenden Teil davon. Und das ist auch das Versprechen, oder das ist die Einstellung, die die Leute, die diese Petitionen unterzeichnen und sie teilen, auch von uns erwarten. Also was Sie erwarten von Chemtech ist, dass wir Ihnen eine Möglichkeit bieten, Politik zu beeinflussen. Wenn Sie jetzt nochmal auf die vergangenen Petitionen gucken, wie ist denn dann das Verhältnis der Petitionen, die Ihrer Definition nach erfolgreich waren, also was bewegt haben und die, die nur mehr oder minder erfolgreich gezeichnet wurden? Das ist schwierig zu sagen. Ich kann da jetzt nicht eine Zahl liefern, aber von den Kampagnen, die ich selber gemacht habe, wo ich die selber campaigned habe, würde ich mal aus dem Bauch raus sagen, dass vielleicht etwas weniger als die Hälfte tatsächlich auch einen politischen Erfolg hatten und die andere Hälfte waren Dinge, wo wir einfach keinen Erfolg konstatieren könnten. Beispiele dafür ist, ich habe eine Kampagne gemacht für eine stärkere Kontrolle der Geheimdienste. Das Ergebnis ist bis jetzt nada, trotz Einjahresnoten. Ich habe eine Kampagne gemacht dafür, dass wir die EU-Datenschutz-Grundverordnung endlich mal umsetzen. Die hängt immer noch, wird immer noch blockiert vom Innenministerium. Und auf der anderen Seite gibt es halt Petitionen wie die gegen die Dienstleistungskonzessionsrichtlinie und die damit verbundene Möglichkeit, Wasser im großen Stil zu privatisieren, wo wir einen Riesenerfolg errungen haben. Also das kann mal so und mal so ausgehen. Können Sie noch irgendwie ausmachen, woran es liegt, wenn es mal so ausgegangen ist? Also ob Sie was hätten besser machen können, sollen, müssen? Es hängt davon ab, ob es uns wirklich gelingt, massiven Druck auf kritische Entscheider aufzubauen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich nicht auf die Klicks beschränkt. Die Leute, die sich digital beteiligen, die haben mehr zu geben als nur einen Klick. Also eine Meinung, ja, ich bin dafür und das sichtbar zu machen. Sie haben auch zu geben zum Beispiel materielle Ressourcen, die können spenden. Sie haben Beziehungen, das heißt, Sie können solche Petitionen weiter teilen und dafür von dem Anliegen in Ihrem Bekanntenkreis erzählen, es verbreiten. Aber auch das ist noch lange nichts alles. Sie haben auch eine Kreativität, das heißt, Sie können Inhalte liefern, Drachen bemalen, Transparente bemalen, Memes machen, um also auch einer Sache mehr Aufmerksamkeit und mehr Präsenz zu verschaffen. Sie haben ein spezifisches Wissen teilweise, was man abfragen kann, was wir für uns Kampagnen bis jetzt noch nicht genutzt haben, wo wir noch ein Potenzial sehen. Und Sie haben eine Stimme bei Wahlen. Und wir haben in diesem Jahr das allererste Mal wirklich in einer Kampagne mit einer Kampagne auf eine Wahl gezielt, nämlich auf die Europawahl, in dem wir durch unsere Campact-Aktiven 6,5 Millionen Türhänger verteilt haben. 24.000 Leute haben also nicht nur geklickt, sondern waren dann auch bereit, also auf die Straße zu gehen, auch bei schlechten Wetter und diese Dinge an die Türen zu hängen. Und auf diesen Türhängern war eine Einschätzung der Parteien, wie sie zu unserem Kampagnenziel stehen und damit verbundene Aufforderungen zur Wahl zu gehen. Und dieses hat einfach den Entscheidern, ihren Fraktionskollegen deutlich gemacht, dass das jetzt hier nicht mehr so eine folgenlose Klickerei ist, sondern dass da auch ein Hebel ist, auf Wahlen und Wahlentscheidungen Einfluss zu nehmen. Und das ist die Richtung, in die machtvolles Online-Campagning, machtvolle Online-Beteiligung geben muss. Sie muss eben wirklich alle Ressourcen abfordern und sie darf nicht dabei stehen bleiben, dass die Leute sich auf eine Liste eintragen, sondern sind sie so untereinander stehende, miteinander nicht verbundene Namen unter einer Liste von Petenten, sondern wenn sie sich untereinander auch vernetzen können, wenn sie gemeinsam aktiv werden können, dann erst wird daraus wirklich eine soziale Bewegung, die das Netz dann als Rückgrat, als Instrument, als Technik nutzt, aber natürlich nicht zum Inhalt hat. Herr Linden, ich habe Sie jetzt in Ihrer Abwesenheit hier angepriesen als den, der Wasser in Wein gießt. Ich habe in der ersten Runde die vier Diskutanten gefragt, was sie sagen würden, wie Petitionen, wie Online-Aktivismus politisches Engagement verändert. Da kamen durchweg positive Einschätzungen, macht es komfortabler, leichter, breiter, erreicht mehr, bringt mehr Informationen an den Verbraucher oder eben, wie bei Frau Strasser angesprochen, Wähler. Was würden Sie denn sagen? Ich würde Sie auch noch mal bitten, den Satz zu vervollständigen. Ich will dieser Rolle jetzt mal gar nicht so gerecht werden. Schade. Ich werde ja bestimmt noch gerecht, aber das, was Sie da gesagt haben, das war hochinteressant. Also wenn Sie sich mal anschauen, die Serie Mad Men, da geht es um Werbeagenturen in den 60er Jahren, die ein Produkt an den Markt bringen wollen. Wenn Sie sich anschauen, amerikanische Literatur über sogenannte Pressure und Lobby Groups, immer negativ konnotiert. Das sind Einflussgruppen, die versuchen, dafür hat der Habermas mal den Begriff der Vermachtung gewählt, das politische System zu vermachten. Auch negativ konnotiert. Was macht Campact, der Bundesverband der deutschen Industrie, der irgendwas erreichen will. Was macht Campact? Das ist eine klassische Pressure Group. Das ist strategisches Vorgehen. Ist das schlimm? Genau. Und das ist der Punkt. Das ist nicht schlimm. Und das ist nicht das, worüber lange Zeit bei dem Thema digitale Demokratie geredet wurde. Also da hat sich, denke ich mal, die Debatte ein wenig verändert, ein bisschen verlagert. Als die Piraten hochkamen in Berlin, ist das politische System aufgeschreckt. Der Peter Altmaier sah sich genötigt, in der FAZ einen Feuilleton-Artikel zu lancieren. Andere auch. Sigmar Gabriel war auch mit dabei. Der hat es vielleicht ein bisschen ehrlicher gemeint. Und dann haben sie alle geschrieben, wir machen jetzt Liquid Democracy. Wir machen ein Rationalisierungsprogramm via Internet, via digitale Beteiligung. Me too. Ja, Sie auch. Gut. Diese Idee der Liquid Democracy. Du hast es nicht gemeint, aber ist wurscht. Ich sage, das ist dieses klassische Phänomen von, oh, die jungen Leute interessiert das, ich mache mit. Nein, es war die Vorstellung von einer anderen Politik, von einer konsensorientierten Politik, die sich verflüssigt, die nicht mehr auf dem Konflikt, auch bei Max Weber heißt es, Politik ist Doppelpunkt, das Entscheidende ist der Doppelpunkt Kampf. Die nicht mehr auf Kampf basiert, sondern die aus dem verflüssigten Austausch von Argumenten basiert. Und hier scheint es nicht mehr darum zu gehen. Diese Liquid Democracy Idee, die wird kaum noch diskutiert öffentlich. Die scheint sich irgendwie erledigt zu haben. Und das war der Punkt, wo ich in meinen Debattenbeiträgen am Anfang ziemlich entschieden dagegen gehalten habe, weil ich einfach glaube, dass so eine Rationalisierung von Politik etwas Apolitisches an sich hat, Alternativen begradigt und damit das Politische begradigt. Aber ich glaube, das, was Sie kritisiert haben, gibt es durchaus noch. Und den Berlinern, denke ich, begegnet das allen Teilen. Also nehmen wir mal das Tempelhofer Feld zum Beispiel. Da hatte man auch das Gefühl, die Senatskanzlei oder die Regierungskoalition war auf einmal der Ansicht, Oh ja, Mist, jetzt wollen die, die wollen jetzt auch abstimmen. Na gut, dann stimmt mal ab. Aber bitte so, wie wir euch bewerben. Jetzt gibt es diese Diskussion wieder in puncto Olympia. Jetzt wird von Anfang an gesagt, also das muss eine Bürger-Olympiade oder ein Bürger-Olympia werden. Die Leute sollen sich beteiligen und es soll dann von einer breiten Mehrheit getragen werden. Das ist ja an sich nicht verwerflich, aber man hat schon das Gefühl, es ist so dieses, man liest dann, oder ich las auch tatsächlich, ich glaube gestern das Zitat, auf Augenhöhe. Also ich bücke mich, Bürger, zu dir auf Augenhöhe. Ja, ja, und das ist die nächste Strategie. Also wenn man jetzt Liquid Democracy als gleichberechtigte Beteiligung beerdigt hat, dann geht es darum, den Bürger, und das ist das Zitat, was immer wieder gebracht wird, mitzunehmen. Ja, das lasse ich auch. Und mitnehmen ist letztlich eine Machtstrategie. Das ist eine Machtstrategie, die auch Campact macht. Ja, Campact versucht, Macht auszuüben. Ich fand das toll, mit welcher Offenheit Sie Ihre Strategie hier geschildert haben. Nicht als Gutmenschen, sondern als Menschen, die politische Ziele verwirklichen wollen. Und sowas machen Regionen auch. Aber kurz nachgefragt, wollen Gutmenschen nicht vielleicht auch politische Ziele verfolgen und erreichen? Ich weiß gar nicht, ob das so ein Widerspruch ist. Ja, ich glaube aber nicht, dass die Vertreter von Campact glauben, dass sie die Weisheit gepachtet haben. Ich glaube, dass es Ihnen sehr bewusst ist, dass es Ihnen um sehr spezifische politische Ziele geht und dass es anderen auch legitimerweise um andere Ziele gehen kann. Und das Ziel von Liquid Democracy war letztlich, von dieser Ur-Idee der Liquid Democracy, die ja letztlich dann an Habermas angekoppelt ist, war, diese Konflikte zu begradigen. Ja, indem man zu einer rationalen Problemlösung kommt. Das heißt, Sie würden sagen, unser Demokratiemodell wird verkleistert? Es würde durch so eine Rationalisierungsform verkleistert. Aber ich glaube, um jetzt doch von Wasser in den Wein zu gießen, diese Strategien von Regierungen und auch von Parlamenten, das zu machen, diese Beteiligungsformen, es ist ja letztlich nur ein Medium, das sich in verschiedene Beteiligungsformen spaltet. Hier haben wir Beteiligungsformen, Lobbyismus oder Protest. Die werden sehr oft gar nicht so gesehen. Also es gelingt doch politisch Handelnden sehr gut, das in ihre Strategien einzubinden. Denken Sie an den Zukunftsdialog der Kanzlerin. Das war eine toll gemachte Werbekampagne. Aber ist das, frage ich trotzdem nochmal, moralisch beurteilend, ist das schlimm? Also es gibt die Institution, der Herr Schwarze angehört, den Petitionsausschuss, er hat uns beschrieben, der ist sowas wie der Seismograph des Parlaments, nimmt Themen auf, die in der Bevölkerung nun mal da sind. Ist das so schlimm, wenn Politik und Verwaltung Input bekommen, der Ihnen ansonsten flöten ginge? Ja, das ist nicht schlimm, aber es führt ein bisschen zu so einer Wohlfühlhaltung. Also meine Frage an Herrn Schwarze wäre zum Beispiel, Sie laden die Petenten ein, Sie wissen, dass es ziemlich wenig ist, Sie wissen, dass die Themen meistens selbstreferenziell sind. Das heißt, es geht zum Beispiel um Action-Computerspiele. Die Hebammeninitiative ist eine Ausnahme. Action-Computerspiele, Internetsperren, das sind so die bekannten Formen, die da Erfolg haben. Und dann laden Sie den Petenten ein in eine öffentliche Diskussion vom Petitionsausschuss und dann war es das. Warum ist es nicht so, dass zum Beispiel ab einer gewissen Zahl an Unterschriften eine öffentliche Debatte, eine aktuelle Stunde im Bundestag geführt werden muss? Wenn mich nicht alles täuscht wollte, dass die letzte Bundesregierung schon und hatte es auch sich in Koalitionsvertrag geschrieben, nicht wahr? Das stand im Koalitionsvertrag drin, ja, nicht unbedingt in der Form, wie Sie das jetzt geschildert haben, aber es stand drin, Debatten zu Petitionen durchzuführen. Ich habe die Sorge, wir wecken eine falsche Erwartung damit. Wir wecken eine Erwartung, dass sich dann auch was ändert. Das verändert aber nicht zwangsläufig die Mehrheitsverhältnisse des Bundestages. Und das ist schon ein Problem an der Stelle. Wir erleben das auch in den öffentlichen Beratungen, ja. Es ist die Chance, sein Anliegen auf großer Bühne noch mal vorzutragen. Es ist die Chance, noch mal Öffentlichkeit zu erzielen für das Anliegen. Stimmt das denn, um noch mal einen Aspekt genauer unter die Lupe zu nehmen, den Herr Linden gerade genannt hat, stimmt das denn, dass möglicherweise eben auch durch die Öffnung oder die Möglichkeit, dem Petitionsausschuss Anliegen online zu übermitteln, dass dadurch tatsächlich Netzthemen, genuine Netzthemen vermehrt an Sie herangetragen werden? Würden Sie das sagen? Also ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei. Es gibt eine Vielzahl dieser Netzthemen, ja. Die Netzthemen haben auch, das lässt sich auch belegen, wir haben das Ganze auch untersuchen lassen, die Netzthemen haben eine höhere Mitzeichnung. Das ist durchaus der Fall. Es gibt aber auch Themen, die schaffen es gar nicht zu einer öffentlichen Beratung im Bundestag, in diesem Petitionsausschuss. Sie verändern aber trotzdem die Politik. Wir hatten in der letzten Wahlperiode eine Vielzahl von Petitionen zum Thema Organspende. Keine davon hat 50.000 Unterschriften erreicht, nicht eine. Wir sind gestartet in den Diskussionen dazu bei einer klaren Ablehnung der Mehrheit in diesem Ausschuss. Und am Ende haben wir ein neues Organspenderecht auf den Weg gebracht. Also auch darüber hat sich vieles getan. Klar hat dann auch die Sondersituation Frank-Walter Steinmeier eine Rolle gespielt. Da kommt vieles zusammen. Aber es gibt auch über einzelne Petitionen, auch über Einzelanliegen eine Veränderung in der Gesetzgebung. Wenn jemand genau den Nagel auf den Kopf trifft, dann ändert sich durchaus auch durch Einzelanliegen was. Ganz klassisches Beispiel, wo sich wirklich ganz viel getan hat, waren Petitionen zum Thema Heimkinder. Das waren immer Einzelanliegen. Die haben sich nicht in Gruppen zusammengeschlossen. Das ist erst passiert, als das Ganze öffentlich wurde. Und daraus sind die Runden Tische entstanden, daraus sind Entschädigungsfonds entstanden. Und hat also wirklich Einfluss an der Stelle gehabt. Das kriege ich nicht hin mit der Massenpetition in der letzten Wahlperiode zur Generation Praktikum oder sonst was. Den politischen Willen der Fraktionen. Die Grundüberzeugung bei so ganz festgefahrenen Themen kriege ich mit einer Petition nicht gedreht. Dennoch, sagt der Herr Linden, wenn ich es jetzt mal ein bisschen pointiert zusammenfasse, Sie sehen an Ihrem eigenen Ast, Herr Schwarze, und zernichten unsere repräsentative Demokratie. Naja. Naja, nö. Das habe ich so nicht gesagt. Nö, ich habe ja gesagt pointiert. Nö, also wenn online Demokratie, ja, und ich bin da kein prinzipieller Gegner, weil politisches Handeln ist ein Wert an sich, dann bitte ans Parlament angekoppelt und nicht in Form von qua Bundeshaushalt finanzierten Werbemaßnahmen für die Regierung. So würde ich das sagen. Ich glaube aber, dass hier auch die Fragen ein bisschen weitergestellt werden müssen. Sie sind ja jetzt darauf eingegangen. Sie sagen, da werden falsche Erwartungen geweckt. Wenn wir das, genau, weil Sie nämlich dann einen Identitätsmoment haben. Weil Sie dann einen Identitätsmoment haben, was eher zu einer konstitutionellen Monarchie passen würde. Zu einem anderen Modell als zu einer Parteiendemokratie. Also wenn Sie Online-Demokratie differenziert einsetzen, dann müssen Sie damit auch gleichzeitig Stellung beziehen zum Wert der Parteiendemokratie. Und dann können Sie das abwägen. Und da sind mir einfach viele Debatten der Vergangenheit ein bisschen zu klauäugisch und auch ein bisschen zu sehr mit so einem Impetus des Ich will alles verändern, aber am Ende mache ich doch nichts, geführt worden. Fiegt Sie das an? Das beschreibt das, glaube ich, in einigen Bereichen sehr zutreffend. Also ich erlebe das. Wir haben eine große Erwartungshaltung. Klar, wenn die Leute nach Berlin eingeladen werden, die haben eine große Erwartungshaltung. Die politischen Mühlen in Berlin mahlen aber sehr langsam. Und auch mit groß unterzeichneten Petitionen kann das ein sehr, sehr langer Weg sein über Jahre, um wirklich was zu verändern. Und da klaffen Erwartungshaltung und das Ergebnis, das ich erziele, sehr, sehr weit auseinander. Da muss ich vorsichtig mit sein. Da sind wir vielleicht wieder bei Ihrer Selbstwirksamkeitserwartung, wo die Frage ist, wann und an welchem Punkt wird die eingelöst. Sie halten am Ende Ihrer Studie, Herr Schildhauer, fest, dass es zwei Ausformungen gibt bei Online-Partizipationen. Und auch das sagen Sie, müsste man sich noch mal genauer angucken. Aktionen mit großer Reichweite, die Masse generieren oder Aktionen mit einer intensiven Auseinandersetzung, die in die Tiefe gehen, die Informationen bringen. Ist eine Kombination wirklich ausgeschlossen? Also Aktionen, die tief und breit sind? Nee, ich würde das jetzt nicht ausschließen. Da reicht einfach unser Betrachtungsradar momentan noch nicht so richtig aus. Aber was ich sehr spannend fand, ist, wir versuchen ja so ein bisschen auch Brücken zu bauen zwischen Beteiligungsökonomie im Internet auf der wirtschaftlichen Seite und der politischen Seite. Und ich fand das jetzt super standen, was Sie gesagt haben, weil wir nämlich auf der wirtschaftlichen Seite mit dieser sogenannten Nielsen-Regel arbeiten, 1,99, also 90 Prozent gucken nur. Neun Prozent sind irgendwie schon so, dass sie überhaupt sich ein bisschen damit beschäftigen, vielleicht abstimmen und Ähnliches. Und ein Prozent sind diejenigen, die aktiv sind und die selber vielleicht in dem Fall Petitionen bauen oder jetzt gucke ich noch mal in den Bereich der wirtschaftlichen Beteiligung. Da stellen wir eben fest, es gibt verschiedene Stufen. Es gibt zum Beispiel einfach die Stufe des Abstimmens, das nennen wir Crowdvoting. Dann gibt es die Stufe des Kreativseins, Crowdcreation. Und dann gibt es die Stufe der kollektiven Intelligenz. Und das ist das, was Sie gerade geschildert haben, wo Sie Menschen aktivieren, mehr zu machen. Nicht nur abzustimmen, sondern rauszugehen und eben tatsächlich aktiv zu werden, mehr zu geben. Und das ist etwas, was ich jetzt total spannend auch in unserer Diskussion finde, dass wir die gleichen Muster plötzlich erkennen auf beiden Seiten. Was würden Sie denn sagen, Frau Strasser, noch mal die Frage, die Sie mir jetzt nicht so wirklich beantwortet haben. Entschuldigung. Ist es möglich, eine Kampagne zu starten, die tief und breit ist, also die eine große Reichweite hat und die großen Wissenstransfer, vielleicht auch eine große Aktivierung an Kreativität und Mitarbeit freisetzt? Ja. 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 Ja, wir wären, die hat ja Baustage Muster Erhoben auch gegen Quem Pact, zu Convenience zu sein. Zu kommenden so Rabe. Fünf Minuten Info. Für die, die es nochmal genauer wissen wollen und dann Tür zu. Ich weiß nicht, ob man das moralisch so abwerten muss. Mein Einstieg in Online-Politik ist jetzt 19 Jahre her, da bin ich beruflich umgezogen und war aus meinen Zusammenhängen, wo ich mich ehrenamtlich engagiert habe, rausgerissen und wollte irgendetwas weiter politisch machen und habe einen virtuellen Ortsverein einer Partei, ich sage jetzt nicht welche, Sie können es ahnen, aber habe den praktisch, war dann da Vorsitzende, weil das war dann für mich, ich hatte keine Lust, zu irgendwelchen fremden Menschen in so ein Hinterzimmer zu gehen, sondern habe diese Form der Beteiligung gewählt, aus der Situation von berufsbedingten Umziehen müssen, wenig Zeit haben, irgendwo fremd sein, dann ist so ein Angebot genau das Richtige. Es hat moralisch überhaupt nichts Verwerfliches, warum denn? Und wer einen anstrengenden Beruf hat und Kinder hat, dem ist es auch verziehen, wenn er für ein politisches Anliegen nur fünf Minuten mal aufbringen kann. Das ist besser, als wenn er aus diesem Zeitmangel die Schwelle zu hoch ist, dass er überhaupt seine Meinung nur mit sich rumtragen muss und sie vielleicht alle vier Jahre mal zu einem Kreuz verwandeln kann und sonst überhaupt keine anderen Optionen mehr offenstehen. Würden Sie es unterschreiben, Herr Linden? Also an politischem Handeln, auch wenn das nur klicken ist, das kann moralisch gar nicht verwerflich sein. Allerdings, ich treffe jetzt hier keine moralischen Urteile, sondern versucht, weitmöglichst wissenschaftlich zu sein. Und zu vielen dieser Aktionen passt dann aber wirklich dieser Begriff von Ingolfo Blüthorn mit der simulativen Demokratie. Er hat den geprägt damals, ich habe seinen ersten Vortrag darüber gehört, im Zuge dieses Irak-Feldzugs der USA 2003. Leute gehen auf die Straße und demonstrieren gegen diesen Irak-Feldzug. Und er hatte die Beobachtung gemacht, eine ganz einfache Beobachtung, die demonstrieren, aber die wissen, das hat ja eigentlich gar keine Wirkung. Und ich glaube, dass bei manchen Formen dieser Online-Partizipation das auch dahintersteckt. politisches Handeln zu simulieren, zu klicken und zu denken, ich habe was getan. Aber wie dividiert man das auseinander, das echte und das simulierte politische Handeln? Nun, simuliertes politisches Handeln zieht letztlich nicht darauf, politische Veränderungen herbeizuführen, sondern den Protest als Selbstzweck aufrechtzuerhalten. Ich möchte dazu gerne was sagen. Ich glaube, ob es sich um echtes politisches Handeln handelt oder nicht, das liegt gar nicht mal, ist unter Umständen nicht eine Sache, mit welchem Anliegen jemand klickt oder mit welchem Anliegen jemand demonstriert, sondern das ist eher in der Verantwortung, sagen wir mal, von den Leuten, die solche Demonstrationen organisieren und solche Petitionen aufsetzen. Ob sie die Leute nämlich veräppeln, auf Deutsch gesagt, indem sie einen völlig sinnlosen Appell in die Welt setzen, wo sie wissen, meinetwegen ist längst entschieden oder verhält sich tatsächlich, sagt sich völlig anders oder der Adressat, an den das gerichtet ist, hat das gar nicht zu entscheiden. Dann werden Leute mit Verlaub veräppelt. Aber die klicken da nicht, um zu sagen, ich klicke jetzt und haha, war gar nicht so gemein. Und deswegen würde ich da noch mal ein bisschen mehr auf die Plattformen gucken, auch kritisch auf uns gucken, gerne, auch auf andere Plattformen, die das machen. Inwieweit haben die wirklich einen Politikprozess da im Auge und auch eine wirkliche Taktik dahinter und können auch wirklich den Leuten anbieten. Also es ist zumindest mal den Versuch wert. Es hat eine Chance auf Erfolg. Ja genau, also das ist der Punkt. Damit aus politischem Handeln sowas wie eine politische Bewegung und politischer Einfluss wird, braucht es intermediäre Organisationen. Dafür stehen primär die Parteien. Wenn Sie jetzt aber sowas, um mal einen Punkt, Sie haben vorhin von Flüchtlingsinitiativen gesprochen, dafür haben Sie keine Punkte. Das ist nun was, da kenne ich mich ein bisschen aus. Das ist zum Beispiel ein Feld, in dem Moment, wo Sie Online-Demokratie als direkte Einflussform stärken würden und die Parteien schwächen würden, würden Sie in der Flüchtlingspolitik eine restriktivere Gesetzgebung bekommen. Also wenn Sie verschiedene Partizipations- und Repräsentationsformen unterscheiden, wer setzt sich am meisten für Flüchtlinge ein? Dann liegt das Parlament ganz oben. Die Exekutive kommt weiter hinten und ganz schlecht schneiden ab solche Gremien wie der Integrationsgipfel, die Deutsche Islamkonferenz. Auch Integrationsbeiräte auf kommunaler Ebene, sehr schlecht, wenn es um Flüchtlingspolitik geht. Dieses Thema ist, wir sagen dazu nicht Issue-Fake, in solchen neueren Partizipationsformen. Issue-Fake? Issue-Fake ist geil, ne? Ja, also sehr schön, ich übernehme es sofort zu den Akten. Das heißt, es kann nicht zum Thema werden. Es wird schlechter zum Thema. Also was zum Thema wird und was nicht zum Thema wird, was gut repräsentiert wird und was nicht so gut repräsentiert wird, hängt ab von der Repräsentationsform. Und eine verhältnismäßige Parität von dieser Repräsentation, das heißt, dass es eine gleichberechtigte Chance gibt, dass Themen auch auf die Agenda kommen, eine relative Parität haben Sie bei den Parteien, haben Sie bei den Parlamenten, haben Sie nicht so sehr bei der Exekutive, die eine Agenda durchzieht, haben Sie nicht so sehr bei Selbstvertretungsgremien, wo Sie sagen, ich nehme mir jetzt mal 10 Rentner und ich nehme mir 10 Jugendliche und Sie, die sollen debattieren. Haben Sie auch nicht bei der Online-Demokratie. Das wird Frau Strasser auch bestätigen können, weil sie ja feststellt, dass manche Kampagnen laufen und andere Flüchtlinge, die eigentlich laufen müssten, überhaupt nicht laufen. Während beim Zuwanderung, ein Satz noch, während bei diesem Zukunftsdialog der Kanzlerin ein Appell, der so an Sarrazin erinnerte, recht gut lief. So, jetzt sprachen wir über das Verhältnis Petitionen, Parlamentarismus. Ich würde, Frau Müller, Sie gerne noch mal fragen zum Verhältnis Online-Petitionen, alte, etablierte Medien und vielleicht auch Meinungsmacher. Sie haben viel Kritik geerntet für die Landspetitionen und es gab jede Menge professionelle Medienkritiker, die giftig drauf reagiert haben, die aber vielleicht selber auch nicht unbedingt die größten Fans des Moderators waren und ihn zuvor auch schon gescheuten hatten. Geht es da auch um Konkurrenz? Also Maren, Normal-Fernsehguckerin, soll da mal bitte nicht ins Revier der Profikritiker eindringen? Selbstverständlich. Also diese Medienkritik, die kam ja erst versetzt. Das konnte man ja auch sehen. Also irgendwie wurde es erst gepusht und dann wurde kritisiert. Und letztendlich, seit Markus Lanz die Verantwortung für Wetten, dass hat, wird er von den Medien aller Couleur niedergeschrieben. Und zwar nicht vom Feinsten. In jeder Gazette eigentlich die Kommentarspalten noch dazu. Es ist wirklich seit Jahren geht das so. Und dann kommt plötzlich mal von der anderen Seite die Kritik und dann ist das schon irgendwie so ein Verlust von Deutungshoheit oder was auch immer. Und das können Sie wahrscheinlich nicht vertragen. Ich bin, ich sage Ihnen ganz ehrlich, in der Beziehung relativ schmerzfrei. Also mich interessiert das überhaupt nicht, ob da Kritik kommt oder nicht. Oder wie die Medien sich äußern, abgesehen davon so eine Sache wie von Zeitherausgeber Joffe, der das halt verglichen hat mit der Nazi-Verfolgung. Also das halte ich extrem bescheuert. Also das ist auch eine skandalöse Verharmlosung von Nazi-Verbrechen, sowas überhaupt in Zusammenhang zu bringen. Aber im Großen und Ganzen finde ich, die Reaktion der Medien ist eine Art Verlustangst, weiter nichts. Weil die Resonanz war zu groß. Und hinter jedem kritischen Beitrag der Medien waren die Kommentarspalten wieder voll von Zuspruch für die Petition. Ich habe gerade da hinten gesehen, meine Redakteurin winkt und ich vermute, es gibt Einwürfe, Nachfragen, Kritik etc. pp. auf Twitter. Ach so, das ist einfach nur der läppische Einwurf, zehn Minuten noch. Gibt es denn ansonsten noch inhaltlich was zu sagen, liebe Lydia, von den Leuten, die zugucken, zuhören? Okay, dann würde ich mal sagen, können Sie sich so langsam rüsten. Ich hoffe, Sie sind jetzt hier nicht nur als Konsumenten gekommen, total passiv, sondern schalten sich ein und haben teil. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Anmerkungen? Wollen Sie was genauer wissen? Irgendwo wieder sprechen? Hier vorne gibt es eine Wortmeldung und es gibt auch zwei Saalmikrofone. Ich würde Sie bitten, zu warten, bis das bei Ihnen ist und sich vielleicht, da Sie ja wissen, wer hier vorne sitzt, sich selbst auch kurz vorzustellen. Ja, hallo, Mario Dirk. Interessante Diskussion da oben bei Ihnen, bei euch. Mir scheint die politische Praxis, die Sie da abbilden, sehr auf das Parlament fokussiert zu sein. Es geht um Petitionen, es geht um Bitten, dass auf sehr hoher Ebene politische Veränderungen angeschoben wird. Ist das wirklich zeitgemäße politische Praxis? Was ist mit innovativen, urbanen Praxen, Interventionen vor Ort, wo die Brennpunkte vielleicht auch sind? Also Demonstrationen sind vielleicht klassische Formen, vielleicht gibt es auch neue Formen. Vielleicht gibt es da auch Querbezüge zur digitalen, politischen Praxis, auch denn im urbanen oder im physischen Raum. Zwei Nachfragen von mir. Meinen Sie da lokale Initiativen? Da gibt es ja auch jede Menge Petitionen, die sich für den Erhalt von Nachbarschaftsgärten, also Dinge vor der Haustür interessieren. Das wäre meine Nachfrage, worum geht es konkret? Und die zweite wäre, an wen richten Sie Ihre Frage? Also erste Frage, ja, lokale Initiativen, ganz genau. Die sind ja nicht nur lokal. Also diese Stadtgartengeschichte ist ja nicht nur eine Sache, sondern gibt es in vielen Städten rund um den Globus. Andere Formen lernen viel voneinander durch digitale Verknüpfung. An wen am Podium? Ich würde das offen lassen. Wer das interessiert, wer eine Antwort dazu hat, springen Sie rein. Wer möchte denn antworten? Marita Strasser. Also in der Tat, unsere Kampagnenart ist meistens die Bundesebene. Manchmal Bundesländerebene. Bildungsplan Baden-Württemberg hatte ich irgendwie so eine nette Kampagne, wo ich teilweise Feedback von Nutzern hatte, was mich ziemlich gewurmt hat von irgendwelchen homophoben Christen. Aber wir wollen tatsächlich zum Herbst dieses Jahres als Campact eine Plattform anbieten, wo Leute ihre eigenen, auch lokalen Kampagnen einstellen können. Namen für das Kind haben wir noch nicht gefunden, aber wir sind dabei, die Technik aufzusetzen. Und das Konzept ist fertig. Und dann kann man das Modell auch dorthin exportieren und auch dort alle Ressourcen versuchen zu bündeln und praktisch mehr als nur ein Klick, sondern eine politische Bewegung auf lokaler Ebene auch damit zu organisieren. Herr Schwarzer, Sie hatten noch zumindest so halb den Zeigefinger gehoben. Ich glaube, wir müssen diese Beteiligungsform ändern und erweitern. Der Bundestag hat damit angefangen 2005. Man muss auch immer noch mal unterscheiden zwischen den Petitionen, die an den Bundestag gehen. Da geht es natürlich direkt an den Gesetzgeber. Und das ist sozusagen mein Tagesgeschäft dann. Und man muss unterscheiden zwischen den Sachen, die auf diesen offenen Petitionsplattformen stattfinden, wo, glaube ich, auch noch mal besser aufgeklärt werden muss. Ich kriege immer Fragen zu Petitionen, die überhaupt nicht an den Bundestag gegangen sind, wann wir uns denn endlich damit beschäftigen. Also da gibt es auch noch Vermischungen. Aber ich glaube, wir müssen auf unserer Ebene, sage ich jetzt mal, auch dazu kommen, zum Beispiel an Petitionen gemeinsam arbeiten zu können, dieses Instrument an der Stelle aufzuweiten. Wir müssen dazu kommen, dass mehr Menschen daran teilhaben können. Wir reden in der Politik ja ganz viel über Inklusion. Wie funktioniert das eigentlich in diesem Petitionsbereich? Es gibt ganz viele, die dort Anliegen haben. Wir müssen gucken, wie bereiten wir unseren Bereich auch dort auf, ich sage mal, Schlagworte einfach wie einfache Sprache. Wie bereite ich das auf für Leute, die nicht sehen können? Also das muss ich erweitern an den Stellen, um die Teilhabe zu vergrößern. Und ich habe auch schon Initiativen mitgezeichnet, wo es um den Bolzplatz vor Ort ging. Das ist nicht dann der Bundestag das richtige Portal. Da sind die offenen Petitionsplattformen ein sehr gutes Portal. Frau Müller, haben Sie noch eine Nachfrage? Vielleicht nur als Erklärung oder wie sagt man, Clarification, also sind Petitionen wirklich die politische Praxis unserer Zeit? Es ist ja, also ich frage sozusagen als Bürger des Parlaments, bitte könnt ihr mal darüber beraten. Und sozusagen meine provokative Frage ist, sollten wir nicht einfach politisch handeln vor Ort, wo wir arbeiten, leben, einkaufen gehen, uns bewegen. Und ist die Petition nicht ein Umweg? So ist es vielleicht ein bisschen kantiger formuliert. Jetzt habe ich es auch besser verstanden. Also erst mal, es ist keine Bitte. Es ist ein Grundrecht. Und damit geht die Verpflichtung einher, dass sich der Bundestag damit beschäftigt. Sie hatten das ja relativiert am Eingangs. Ich habe es relativiert, was die großen Anliegen angeht. Erst mal geht es um die Einzelbitte. Und ein Großteil des Geschäfts, was wir machen, ist Vermittlung zwischen Verwaltung, Sozialversicherungsträgern und Bürgern. Und da kriegen wir auch ganz viel geklärt und aufgeräumt. Und das ist erst mal ein ganz großer Teil des Kerngeschäfts. Weil da geht es um Grundrecht jedes Einzelnen. Also nicht um eine Bitte. Und dann, klar, entlastet mich das nicht vom eigenen persönlichen Handeln, von der eigenen persönlichen Verantwortung, die jeder auch zu tragen hat. Da komme ich nicht durch einen Klick bzw. durch die Registrierung beim Online-Portal des Petitionsausschusses raus. Also damit ist die Sache nicht erledigt. Lassen Sie Frau Müller bitte noch mal kurz antworten. Und dann gibt es noch eine Publikumsfrage. Also die Frage war, sage ich jetzt mal ein bisschen wurschtig, sollte man vielleicht statt so viele Petitionen zu zeichnen, da wo man ist, was tun? Ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Wir hatten in Leipzig, wir haben das April-Netzwerk. Also diese Antiprivatisierungs-Initiative, da wird richtig Handarbeit und auf der Straße wird da halt gekämpft. Und die Leute, die werden halt aufgesucht zu jedem Stadtfest. Und immer, wenn es sich Gelegenheit bietet, dann gibt es den Bürgerhaushalt, da kann man mitmachen. Es gibt so Portale Leipzig Weiterdenken, da kann man richtig mitmachen, nicht nur klicken, sondern richtige Texte verfassen. Es gibt auch bei uns die Möglichkeit, Petitionen an den Stadtrat zu richten. Gibt es auch Petitionsausschüsse. Und bei Petitionen ist es ja das Gute, dass die Leute sich dann damit befassen müssen, mit diesen Anliegen. Und damit ist ja schon die halbe Arbeit gemacht eigentlich. Ich glaube, Herr Linden, da würden Sie zum Beispiel bei dem Stichwort Bürgerhaushalt gerne noch den Fuß in die Tür stellen. Aber wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Bitteschön, stellen Sie sich kurz vor, bitte. Mein Name ist Albert Reinhardt. Ich arbeite am Konzept, das heißt Politik, Schule, Internet im Agenda 21-Prozess. Und mir ist halt aufgefallen, sozusagen diese Doppeldeutigkeit, also sozusagen dieser politische Diskurs, der eigentlich sozusagen im Gegensatz zum politischen Dialog steht. Und dieser politische Dialog ist eigentlich für uns Kleingruppenwesen nur wirklich in einer kleinen Gruppe möglich. Und wirklich Veränderungen aber können am besten passieren in diesem Kleingruppenmodus. Also dass man sich verständigt, also dem anderen nicht vorschreibt, was er zu denken hat, was nicht geht, sondern indem man sozusagen Dinge in der Schwebe hält, also diese ganzen dialogischen Geschichten. Und der Trick müsste jetzt sein, dass man halt über diesen Kleingruppenmodus sozusagen gesellschaftliches Lernen in Bezug auf die Meta-Ebene herstellt. Und das Beste, was mir dazu eingefallen ist, dass man halt tatsächlich Jugendliche, quasi die in der Situation sind, einen Weg in die Gesellschaft zu suchen. Ja, wenn man denen einen demokratischen Weg bahnt, ihre, also die sind sozusagen noch nicht mit Partikularinteressen ausgestattet. Wir Älteren müssen, um Neues zu lernen, immer erst etwas alte Dinge verlernen. Entschuldigung, jetzt muss ich dazwischen gehen und sagen, was möchten Sie wen fragen? Das wäre mein Anliegen. Ich will fragen, also wie man, ich war jetzt noch nicht ganz fertig, also mit der Vorstellung, wie man so eine Petition, die jetzt Jugendliche betrifft, die gar nicht mündig sind, im Sinne des Gesetzgebers an so einer Petition wahrscheinlich abstimmen zu dürfen, weiß ich jetzt nicht, einreichen dürfen so eine, abstimmen weiß ich jetzt nicht, wäre die Frage. Und wo uns als Gesellschaft eigentlich eine Wahrnehmung fehlt, weil wir alle unter diesem industriellen Paradigma des Diskurses sozialisiert sind und diese andere diskursive Ebene sich jetzt zwar immer wieder mal so aufflackert, Die Frage höre ich da immer noch nicht wirklich. Die Frage ist, wie man das verständlich machen kann in einer Welt, die nur sozusagen auf Konkurrenz aus ist, dass Jugendliche diese Möglichkeiten, für Jugendliche diese Möglichkeiten geschaffen werden müssen. Adressieren Sie die Frage an jemanden hier auf dem Podium? Also eigentlich geht es darum, das demokratische System da zu öffnen. Also es wäre im Sinne so einer Petition, aber im Grunde müssten sich halt wirklich die Politiker als Gegenüber für Jugendliche bereitstellen, um so eine... Ich verstehe es jetzt dann mal als vielleicht eine Frage an den Politikwissenschaftler und den aktiven Politiker. Welche Frage? Also ich greife mal zwei Sachen auf. Ich generiere mal eine Frage. So wie Sie angefangen haben... Aber nicht simulieren, generieren. Generieren, ja. Wie Sie angefangen haben, das war der Rousseau. Da sagen Sie nämlich, das geht nur in kleinen Gruppen, dieser dialogische Prozess und auf der größeren Ebene, da geht es nicht mehr. Ja, das stimmt. Und deshalb brauchen wir so etwas wie Repräsentation, damit sich nämlich etwas einstellt wie ein Wechselspiel zwischen Repräsentanten und Repräsentierten. Und aus diesem Wechselspiel so etwas erwächst, wie eine Repräsentation von verschiedenen Alternativen, mit denen man wählen kann. Und auch so etwas erwächst wie eine Mäßigung. Und das können Sie mit digitaler Demokratie nicht überwinden. Und die zweite Frage, die man generieren könnte, wäre, wie beteilige ich Jugendliche stärker am politischen Prozess oder wie bringe ich die stärker an den politischen Prozess ran? Nun, und dann würde mir einfallen, zu kritisieren, weil das, Sie haben ja gesagt, Sie haben mich als Kritiker geladen, diese Konzepte, die in der Schule gelehrt werden, zum Thema Demokratie lernen. Ich hatte jetzt ein Seminar drüber und habe ein paar Hausarbeiten gelesen und deshalb kann ich dazu ein bisschen was sagen. Das ist immer ein rein konsensuelles Verfahren. Da wird immer gesagt, so, wir treffen uns jetzt, Demokratie, das ist vor allen Dingen Toleranz, Demokratie, das ist Miteinanderhandeln, Demokratie, das ist so Kleingarten, Schrebergartenverein, wir streichen unsere Schule gelb, grün, blau, gelb an. Das ist eine völlig falsche Demokratievorstellung. Demokratie ist, dass verschiedene Alternativen gegenüberstehen, dass Frau Müller eine völlig andere Ansicht hat als ich, dass sich das Ganze aber in der Demokratie auf einer gewissen Ebene vertragen muss und durch Verfahren auch, wie soll ich sagen, zivilisiert werden muss, damit es nämlich funktioniert. Und deshalb wäre mein Vorschlag auf der Ebene, diese pädagogischen Programme mal dahingehend zu überdenken, ich habe jetzt eine Frage generiert, die Sie nicht gestellt haben, diese pädagogischen Programme dahingehend zu hinterfragen, welche Rolle der Konflikt da eigentlich einnimmt und auch vielleicht die positive Funktion, die der Konflikt haben könnte. Okay, also jetzt leite ich aus dem, was Sie sagten, ab. So wie Politik dargestellt wird gegenüber Jugendlichen, ist es zu kuschelig. Man sollte doch den Akzent auf die positiven Auswirkungen des Zangs legen. Können Sie sich damit anfreunden, Herr Schwarzer? Ich habe ja ganz viele Jugendgruppen hier in Berlin, vor allem Schulen. Also ich komme so im Jahr, in den letzten Jahren in Berlin auf 2000 Besucher im Jahr. Das ist schon eine Menge. Es liegt aber auch daran, dass der Wahlkreis so zweieinhalb Stunden mit der Bahn entfernt ist. Und dann kriegt man viele dieser Diskussionen ja mit. und es zielt ja auch alles so ab, so ein bisschen Richtung Politikmüdigkeit. Ich halte es mehr für Parteien- und Politikerverdrossenheit, weil ich mit der Politik das Thema verbinde. Und dann versuche ich immer zu erklären, diese Entscheidung für diese Klassenfahrt nach Berlin, das war schon ein politischer Prozess. Und wer wollte eigentlich nach Berlin? Und wer hatte andere Ideen? Na, nach Berlin wollen Sie ja sowieso alle. Das war wahrscheinlich konsensual. Nee, das ist nicht in jeder Schulklasse konsensual. Einer sagt, er wollte lieber nach Tübingen. Übrigens antworten zwei Drittel mit der Antwort, das haben unsere Lehrer entschieden. Aber da sind Prozesse. Und es geht zu Hause schon los mit dem Urlaub oder sonst wo, wo diese Prozesse stattfinden. Und das muss man einfach vielleicht auch da mal klar machen. Aber es geht ja auch darum, wie kriege ich junge Leute überhaupt in eine politische Beteiligung rein, wenn ich das so richtig verstanden habe. Es geht viel tiefer. Das wäre jetzt eine vollständige Sozialisation. Wir sind als Menschen mehr als digital oder wirtschaftlich legende Leute, in die eigene Betriebe. Entschuldigung, es hat gar keinen Sinn. Wir zeichnen auf. Ohne Mikrofon ist das witzlos. Gibt es noch andere Anmerkungen, Nachfragen aus dem Publikum? Wenn, dann wäre das jetzt die so gut wie letzte Gelegenheit, die zu stellen. Ja, hallo. Ja, wir hören Sie, wenn Sie sich vorstellen. Ja, mein Name, genau. Ich arbeite bei Zebralug. Wir machen ein Online-Partizipationsverfahren. Und mich würde interessieren, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass bei den Bürgern sozusagen eine große Erwartungshaltung geschürt wird oder dass man der nicht begegnen kann. Aber ist das nicht gerade die Aufgabe der Politik, sozusagen von vornherein zu kommunizieren, dass der Bürger nicht mitentscheiden kann, aber dass er sozusagen Ideengeber ist und dass seine Ideen und seine Hinweise ernst genommen werden? Also das ist der eine Aspekt sozusagen. Also dass man das von vornherein klar kommuniziert. Und die zweite Sache würde ich sagen, dass es dann auch die Aufgabe der Politik ist, dass die Politik Rechenschaft ablegt. Also im Nachhinein im Bürger sagt, ja, das und das ist aus euren Hinweisen geworden. Und die Ideen haben wir so aufgenommen. Also ja, bei ganz unterschiedlichen Verfahren. Ist das eine Frage an Herrn Linden oder eher? Ja, das stelle ich so in den Raum. Wer fühlt sich berufen? Ich fühle mich berufen. Ich glaube, das geht schlichtweg an die Praxis. Wenn es nur die gute Idee wäre oder die Beschreibung eines Problems und setzt euch damit mal auseinander, dann würde der Prozess so funktionieren können. Wenn ich die klare Alternative oder die klare Anforderung habe, führt jetzt ein Mindestlohn ein, was uns die ganze letzte Wahlperiode beschäftigt hat. Dann gibt es eine klare Position dafür und es gibt eine klare Position dagegen. Und dann spielen sich in solchen Gremien auch schlichtweg diese klaren Positionen wieder. Ja, Atomkraft. Wir hatten Petitionen dafür und dagegen. Ja, die dagegen waren deutlich in der Überzahl und waren auch stärker mitgezeichnet. Haben aber gegen die klaren Aussagen, die die Parteien damals im Wahlkampf 2009 getroffen haben, keinen Einfluss gehabt. Die erste Entscheidung zur Atomenergie zu drehen, sondern da wurden ja plötzlich die Laufzeiten verlängert. Und dann kam Japan. Also dazu sagen, das ist so aufzunehmen. Man kann auch genauso sagen, wir haben das in unser Wahlprogramm reingeschrieben. Wir sind dafür gewählt worden, wofür auch immer für welchen dieser Punkte. Und wir halten an der Stelle Wort. Okay. Soviel zu dieser kleinen SPD-Wahlwerbesendung, die auch auf dem Podium Platz hat. Entschuldigung, Herr Schwarzer, aber es ging jetzt doch schon mächtig in dieses Fahrwasser. Ich würde die Frage dann gerne noch mal für eine Schlussbemerkung verallgemeinern und anknüpfen an das, was Sie und der Herr, der vorhin dort drüben an der Säule stand, Und das noch mal sozusagen allgemeiner wenden und von Ihnen, Herr Linden, da Sie ja was nachzuarbeiten haben, da Sie sich verspätet haben, noch mal beantworten lassen. Wie ist denn, also Inklusion war ein Ausdruck, Partizipation ist ein anderer, es gibt jede Menge weitere. Was ist denn die Möglichkeit, ob nun analog oder digital, die Leute dazu zu bewegen, ja, sich zu beteiligen, also dieses Sich-Einbringen mitzumachen? Die Mitmachmaschine war der Artikel über Ihre Studie in der Süddeutschen überschrieben. Braucht man dafür das Netz? Wie geht es anders? Was ist sozusagen die Grundformel? Das ist eine zauberhafte Frage. Sie fragen mich nach der Grundformel von Politik. Ja, vorhin hatten Sie hier Max-Weber-Doppelpunkt. Ja, Max-Weber-Politik ist Doppelpunkt-Kampf. Ja, das ist seine Grundformel. Aber er beschreibt das ja deskriptiv. Von mir erwarten Sie ja eher ein normativ-anspruchsvolles Modell. Letztlich brauchen Sie Alternativen, die repräsentiert werden. Also ich denke mal, man muss Abstand nehmen von der Idee, dass sich Gruppen quasi aus sich selbst heraus, bottom-up, konfigurieren, bilden als Einflussgruppen, sondern es bedarf immer dieses Wechselspiels zwischen einer repräsentativen, einer partizipatorischen Sphäre. Dieses Wechselspiel ist dann gestört, wenn Alternativen auf der repräsentativen Sphäre nicht mehr öffentlich zutage treten. Also eine große Koalition zum Beispiel ist, um mal der SPD-Wahlwerbung entgegenzutreten, eine große Koalition ist prinzipiell bei einer Opposition von 20 Prozent eine große Problematik für eine Demokratie. Die SPD hat es gemerkt 2009. Ob sie es beim nächsten Mal wieder so merken wird, weiß ich nicht. Aber jetzt um weniger in die SPD-Exegese zu gehen, noch mal, was ist, das ist die letzte Frage tatsächlich, Was ist Ihre Antwort auf die Frage, wie man Leute zur Teilhabe bewegt? Denn es gibt, ob nun im Netz oder in öffentlichen Foren, immer Leute, die eigentlich nicht den Antrieb haben, sich einzubringen. Wie holt man die dazu? Indem sie attraktive politische Programme auf die Agenda setzen und indem sie nicht den Fehler begehen, als Politiker, ich spreche jetzt mal von den Politikern, von der repräsentativen Sphäre, jene Gruppen, die nicht mehr zur Wahl gehen, außer Acht zu lassen. Die SPD hat das einmal gemacht, als sie das Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger abgeschafft hat. Das war ein Punkt. Das war ein Hammer für die SPD. Einfach aus dem Impetus heraus, die gehen auch so nicht mehr zur Wahl. Und das ist ein Grundfehler. Wenn das passiert, dann bleiben viele Bevölkerungsgruppen außen vor. Gleichzeitig, wenn sie neue Partizipationsformen derart stärken, dass sie einen sehr großen Einfluss auf die Gesetzgebung an sich haben, nicht mehr vermittelt über Parteien, dann schlagen andere Disparitätsfaktoren, Bildung, Einkommen, Zeit, noch viel stärker durch. Und deshalb würde ich immer dafür plädieren, diese Institutionen anzukoppeln oder diese neuen Partizipationsformen an die Grunderfordernisse von repräsentativer Demokratie. Eins ist Doppelpunkt Kampf. Eins ist aber auch Repräsentation von verschiedenen Alternativen und ein anderes ist Moderation. Und Reformvorschläge, die ich da vorschlage, wäre zum Beispiel, einfach Ausschusssitzungen des Bundestags in einer umfassenderen Weise öffentlich zu machen, die Parlamentsrechte auf der kommunalen Ebene zu stärken, wenn man Gremien einführt, ergänzende Gremien und sei es mit Online-Verfahren beigeschaltet, weil das ist nur ein Medium auf der lokalen Ebene, dann nicht deskriptiv zu besetzen, nicht zu sagen, wir machen jetzt den Jugendausschuss, sondern per Losverfahren zu besetzen, weil dann haben sie wirklich eine repräsentative Auswahl. Das sind so verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber dies immer unter der Devise, diese repräsentative Demokratie als Grundgerüst mit ihren Grunderfordernissen sollte gestützt und nicht unterminiert werden durch diese neuen Partizipationsformen. Jetzt hatte ich eigentlich schon abmoderiert, aber jetzt will ich Ihnen auch nicht das Mikrofon wieder aus der Hand nehmen. Es gibt noch eine Nachfrage oder Anmerkung aus dem Publikum, bitte. Ja, danke schön. Ich wollte nur noch mal an der Stelle ansetzen, als Sie meinten, Bottom-up-Gruppen könnten sich nicht finden oder nicht wirklich generieren und Repräsentationen für sich selbst finden. Ich denke, das ist eigentlich genau der Punkt, wo solche Online-Petitionen ansetzen können. Dass sich genau solche Bottom-up-Gruppen generieren können, überhaupt eine Masse entwickeln können und dann in irgendeiner Form eine Repräsentation für sich selbst finden. Okay, das habe ich in einer, es gibt die Ausnahme, Selbstreferenz. Die Selbstreferenz, das sind Internetinitiativen, Anti-Akta, TTIP. Meinen Sie nicht, wenn das eine gewisse Masse entwickelt, dann findet sich irgendwie die Repräsentation? Ich weiß nicht, diese Landspetition ist unpolitisch zum Beispiel. Das hat nichts mit Politik zu tun. Muss es nicht unbedingt immer, oder? Welche Gruppen haben sich denn rein Bottom-up konfiguriert, ohne dass es Repräsentanten gab? Für die Arbeitergeberlegung braucht es die Gewerkschaften. Wenn man denkt, zum Beispiel an den arabischen Frühling, wenn man daran denkt? Ich weiß nicht, ob das jetzt das tolle Argument ist, jetzt mit dem arabischen Frühling zu kommen. Wieso nicht? Das sind ja letztlich Strukturen gewesen, die auch vermachtet waren. Oder denken Sie an die Ukraine. Die stehen auf ihrem Platz, auf dem Maidanplatz, als Revolutionsbewegung. Und wie heißt die Internetaktivistin in Deutschland früher bei den Piraten? Weißband. Die Marina Weißband, die hält dann hier Interviews und sagt, ich bin Teil dieser Bewegung, das ist ganz toll. Das ist ja hochgradig von Naivität getragen. Da geht es doch darum, dass Repräsentanten sich dieser Gruppen auch bedienen. Und das Erste, was dieser Platz dann verabschiedet, ist eine Regelung, dass man die russische Sprache in der Ostukraine abschafft. Und damit gibt man dann anderen einen Vorwand, dort zu intervenieren. Also das ist jetzt auch kein Beispiel. Es geht um demokratische Bottom-up-Bewegungen. Ich habe jetzt eigentlich gerade vom arabischen Frühling gesprochen. Der ist dann in die Ukraine umgezogen. Sorry, jetzt muss ich tatsächlich mit Blick auf die Uhr, weil Sie sich doch mächtig, Herr Linden drückt es auch in seiner Körperhaltung aus, auf ein Zwiegespräch zu bewegen, würde ich sagen, begeben Sie sich doch in ein solches, nämlich nachdem ich diese Veranstaltung abmoderiert habe. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen allen, die Sie gekommen sind, hier oben aufs Podium, um mitzudiskutieren. Und bei Ihnen da unten, um zuzuhören und möglicherweise gedanklich teilzuhaben oder aber sich eben auch an der Diskussion zu beteiligen. Zum Schluss auch nochmal der Dank an das Bildungs- und Forschungsministerium, das diese klamouröse erste Sonderausgabe des digitalen Salons mit gefördert hat. Zwei weitere werden folgen. Ich bin leider nicht dazu gekommen, zwei Petitionen im Laufe der Diskussion unterzubringen, die ich gerne genannt hätte, um eben auch das andere Ende, möglicherweise der Kampakt-Petitionen mal anzusprechen, auf Open Petition zu finden und von Ihnen, wenn Sie mögen, zu zeichnen sind. Lahm muss hinten rechts spielen, derzeit zwölf Unterzeichner und sinnlose Petitionen verbieten Ausrufungszeichen. Jetzt Ausrufungszeichen sofort. 19 Unterstützer. Möglicherweise wollen das noch mehr zeichnen nach der heutigen Diskussion. Wenn es euch jetzt so gut gefallen hat, dass ihr denkt, höre ich mir glatt nochmal an. Warum nicht? Wir strahlen diese Veranstaltung aus am 20. Juli. Das ist ein Sonntag, kurz nach 18 Uhr auf der Radio Wissen im Hörsaal. Danach ist sie auch nochmal nachzuhören. Online steht sie dann auf der Radio Wissen.de. Ja, und die nächste Ausgabe ist dann erstmal wieder wie gewohnt im HEG am Bebelplatz. Dann sind wir bei Ihnen wieder zu Besuch. 30.07. Wir lassen uns behandeln von Dr. Bing und Dr. Google, suchen wir uns krank, ist das Thema. Schönen Dank, schönen Abend. Applaus Vielen Dank.